Und wir schauen in die Ukraine aus Kiew zugeschaltet, ist uns Alfred Hackensberger. Alfred in Kiew vergleichsweise, ruhig vergleichsweise, wenn man den Vergleich mit Mariupol zieht. In Mariupol sollen die russischen Truppen inzwischen schon fast in den Stadtkern vorgedrungen sein. Steht die Stadt vor dem Fall? Naja, man weiß es noch nicht, weil die Taktik der Ukrainer beruht darauf, die Russen eindringen zu lassen und sie dann aus dem Hinterhalt zu attackieren, wie sie das schon oft gemacht haben. In Karkow war das auch so, da waren russische Panzer schon im Stadtzentrum und dann plötzlich am nächsten Tag war alles ganz anders. Man muss sehen in Mariupol, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern, da das Assov-Regiment, das dort kämpft, die wissen genau, wenn sie verlieren, werden sie sicherlich von den Russen alle einen nach dem anderen hingerichtet. Das sind ja für die Russen ausgemachte Neonazis, dass das Assov-Regiment nicht mehr sein soll. Also man muss warten, wie sich die Lage entwickelt. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Mariupol fällt, weil die Russen mit unglaublicher Gewalt da hineindrücken und die Stadt ständig beschießen. Ja, sonst haben sie ja keine andere Möglichkeiten, diese Stadt einzunehmen und sie verlieren irrsinnig viele Leute. Was würde es denn strategisch für die Ukraine bedeuten, wenn Mariupol fallen würde? Naja, eigentlich letztendlich nicht viel, weil die Einnahme der Stadt, das eigentlich eine relativ kleine ukrainische Stadt ist, mit 400.000 Einwohnern, hat den Russen so viel abverlangt an militärischem Gerät, an Panzern, an Luftabwehrstellungen und vor allen Dingen an Soldaten, dass sie dann, selbst wenn sie die Stadt eingenommen haben, kaum Truppenverbände frei bringen könnten, irgendwo anders einzusetzen. Also im Endeffekt ist es dann vom militärischen Standpunkt her ein Sieg, der letztendlich bedeutungslos ist. Also nur symbolisch, man hat Mariupol, aber militärstrategisch bringt es ja gar nichts. Und noch ist es ja auch nicht so weit und der ukrainische Präsident Zelenskyy versucht ja auch wirklich quasi täglich mit Videobotschaften den Druck auf Russland auch auf verbaler Ebene noch einmal zu erhöhen. Er sagt jetzt auch gerade in Mariupol, dass seien Kriegsverbrechen des russischen Militärs, die in die Geschichte eingehen würden. Erreicht er damit etwas? Na, ich glaube nicht. Also vielleicht in sozialen Medien den einen oder anderen russischen Bevölkerung oder so. Aber Putin wird er da sicherlich nicht erreichen. Putin ist überzeugt, er führt da einen gerechten Krieg gegen die Neonazis oder was auch immer er da denken mag. Viel wird er nicht erreichen. Aber ich meine, letztendlich hat er es gestern auch schon gemacht und vorgestern hat er letztlich gedroht dem russischen Präsidenten und hat gesagt, wenn er sich nicht zurückzieht, dann werden sie so viele Soldaten verlieren, dass sie sich in Generationen nicht mehr erholen werden. Und wenn das so etwas ein Staatsmann sagt, dann muss er dann auch Taten folgen lassen. Weil sonst macht er sich ja im Endeffekt lächerlich und zeigt die Schwäche seiner eigenen Armee. Also irgendwas müsste die ukrainische Armee noch in der Hinterhalte haben. Sie haben im Süden schon gezeigt, dass sie zu einer Gegenoffensive in einigen Orten fähig sind. Und das sind natürlich schwere Nadelstiche in die Kräfte der russischen Armee. In Kiew bewegt sich ja gar nichts. Und da muss man auch sehen, ob es nicht einen Gegenangriff gibt, der Ukrainer oder wie auch immer. Mal sehen, was Selinsky und seine Armee und das ukrainische Volk noch in der Hinterhand haben. Alfred, vielen Dank nach Kiew. Vielen Dank.